Ein anderes Beispiel dazu wäre der Teilzeitzuschlag, vor allem natürlich bei weiblichen Angestellten, bei Frauen, wo sozusagen die Arbeitgeber in manchen Branchen, Handel, Gesundheits- und Sozialbereiche übrigens, sehr viel Zeit damit verbringen, nachzudenken, wie man den Zuschlag nicht bezahlen muss. Und ehrlich gesagt, für Manager, Managerinnen, die nicht wenig Geld verdienen, wenn die ihre Zeit damit verplempern, nachzudenken, wie man was nicht zahlt, wäre es gescheit, wenn man an dem Tag heute die Botschaft aussendet, dass wir sagen, liebe Manager, ihr macht einen guten Job, passt, aber verwendet ein bisschen mehr Zeit dafür, nachzudenken, wie man Menschen, Beschäftigte, Teilzeitbeschäftigte, Stunden nicht zahlt werden, wie man die fair entlohnt und wie man es fair macht.